So, ja, neben Misthelfen, nö, Fruchtgemüse auf. Freies Sprechen mit Biberbären. Wer? Biberbär. Eine Voraussetzung ist gegeben. Du darfst nur, wenn du was Ernstes sagst, es mit Quatsch formulieren, ja? Ja, verstanden? Ansonsten ist das die einzige Bedingung. Wenn du was Ernstes sagst, dann musst du es aber mit Quatsch formulieren, ja? Freies Sprechen, wir treffen uns einmal im Monat, bei mir, die Zeit können wir noch ausmachen, aber wenn keiner kommt, dann rede ich halt mit mir selbst. Das wird mir wohl nichts anderes, günstliches, vergnüglicheres übrig bleiben, als mir alleine lauschen zu können. Was ist wieder von Quatsch erzählen? Es ist ja gar nicht so schlimm. Und du darfst auch in verschiedenen Dialekten sprechen. Du kannst auch hier, man, mir geht's nur übel, ich tue mich immer selbst belügen und ich hab nicht die richtige Ausrichtung und was mir fehlt. Oder, oh, ist doch alles so super. Ich hab so viel, äh, so viel Blut in den Zellen, dass mir das wirklich, dass mir das wirklich ans Herz, das geht mir ans Herz. So, das viele Blut, geht mir ans Herz. Jo, jetzt mal, ich weiß nicht, es war vielleicht noch eine Questpröbe, aber, oder, 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 ah, ah, meine Töne machen könnte auch. Da liegt da Holz, da liegt da Holz, da liegt da Holz, da Holz. Äh, hier. Jo.